Ubisofts Aktienkurs schreibt Rekordzahlen nach unten, EA verspricht mal wieder das beste Battlefield aller Zeiten und Sony wärmt uns wieder Games in der Mikrowelle auf. Das gibt es heute in den Gaming News, schnappt euch was zu snacken, macht es euch gemütlich und seid wieder up to date mit der Gaming Welt. Starten wir mit den kleinen Problemchen bei Ubisoft. In einer Parallelwelt wäre Star Wars Outlaws ein epischer Game of the Year Hit gewesen und alle würden sich auf Assassin's Creed Shadows freuen. In der echten Welt allerdings konnte Outlaws niemanden wirklich vom Hocker hauen. Warum das so ist, verraten wir euch übrigens in unserer Review. Und auch der Diskurs rund um Shadows ist ziemlich negativ geprägt, auch wenn das Spiel noch gar nicht erschienen ist. Die bittere Wahrheit ist, dass diese Logo-Animation einst ein Zeichen von Qualität war und diese Wahrnehmung sich stark verändert hat. Das scheint aber nicht nur für uns Gamer der Fall zu sein, sondern auch für die Aktionäre. Ubisofts Aktienkurs ist gerade auf einem historischen Tiefpunkt und ist seit dem Release von Outlaws stark gesunken. Oder einfach gesagt, das Stops-Meme, nur andersrum. Einer der kleineren Shareholder ging sogar so weit, in einem offenen Brief den Rücktritt des aktuellen Managements zu verlangen. Ubisoft sei demnach ein stark unterevaluiertes Unternehmen, das einfach missmanaged wird und deshalb entweder an strategische Partner verkauft werden soll oder unter neuer Führung in eine bessere Firmenstruktur gebracht werden soll, die zukunftstauglich ist. Beim Stichwort Verkaufen ist Phil Spencer direkt aus dem Schlaf hochgerissen und losgesprintet. Das Gerücht, Microsoft würde auch Ubisoft kaufen, ging ja schon umher, als Activision Blizzard noch nicht Teil der Microsoft-Familie war. Allein im vergangenen Jahr hat Ubisoft schon insgesamt 50% seines Aktienwertes verloren. Man kann also von Ubispielen halten, was man will, die Zahlen sprechen auf jeden Fall für sich. Der Investor AJ Invest trifft zwar einige schmerzhafte Punkte, ist aber selbst nicht unbedingt Gaming-Experte. Immerhin schreibt dieser in seinem Brief gleich mehrere Spiele falsch. Hey Bro, du musst mehr Geld machen. Aber Bro, wie? Ja Bro, mach halt mehr von diesen Tommy Calanzi's Splinter Cell Games. Bro, was redest du? Oder Timmy Clancy's The Division's Creed. Ja wirklich auskennen tun die sich auch nicht, aber die Kritik ist ja trotzdem berechtigt. Natürlich können wir noch nicht sagen, wie gut oder schlecht ein Assassin's Creed Shadows wird, aber mit Flops wie Skull & Bones und dem mittelmäßigen Impact von Star Wars Outlaws ist die finanzielle Lage auf jeden Fall sehr brisant. Gehen wir mal kurz weiter zu einem anderen unserer Lieblings-Publisher, bekannt für Meilensteine wie Mikrotransaktions-Simulator 2, und zuletzt Battlefield gegen die Wandfahren 2042. Und genau bei Battlefield können wir jetzt ansetzen. Wir reden natürlich von EEEE. Electronic Arts hat erstmals über das nächste Battlefield gesprochen. Es dürfte kein Geheimnis sein, dass Battlefield 2042 nicht so performt hat, wie es sollte. Und auch wenn das Spiel irgendwann doch einen soliden Zustand erreichte, war der Verlust zu Launch so groß, dass nicht wirklich eine lebendige Spielerschaft, die notwendig ist für ein Live-Service-Game, zustande kam. Deshalb gibt es jetzt erstmals einen Blick nach vorne. Zwar ohne Material, aber einige Worte, die vielversprechend klingeln und fast sogar Hoffnung machen. Vince Zampele hat nach diesem unzufriedenen Launch die Zügel für das Franchise in die Hand bekommen und in einem Interview an IGN verkündet, dass sie ganz klar inspiriert sind vom Höhepunkt des Franchises, namentlich Battlefield 3 und Battlefield 4. Und im Zuge dieser Inspiration gibt es nicht nur die erste Konzeptart, sondern, haltet euch fest, das Specialist-System kehrt nicht zurück. Das nächste Battlefield soll insgesamt wieder Back to the Roots gehen mit einem traditionellen Klassensystem, 64 Player-Maps und einem modernen Setting und dem entsprechenden Map-Design. Vince sagt, er will keine Wiederholung des 2042 Desasters und direkt zum Launch abliefern. Von Anfang an gut sein waren seine Worte. Große Ansagen, die wir so schon öfter von EA gehört haben, also haltet eure Vorfreude erstmal im Zaum. Geplant ist ein Release nächstes Jahr, aber interessanterweise spricht das Team auch von Large Scale Community Testing, sprich vermutlich dürfen wir auch irgendwann vorher Probe spielen. Eventuell sogar früher als ein Monat for Release, um dem Team die Möglichkeit zu geben Anpassungen vorzunehmen. Eine Ankündigung erwarten wir eher erst nächstes Jahr, aber wer weiß, vielleicht gibt es dieses Jahr zu den Game Awards sogar einen Teaser. Aber was meint ihr, kann EA Battlefield überhaupt zurückbringen, habt ihr das Franchise noch auf dem Schirm oder ist eure Reaktion auf diese News einfach nur cool, 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 cool. Apropos News, auf die man sehr trocken reagieren kann, hier mal ein neues Remaster von Sony. Erinnert ihr euch noch, als Sony The Last of Us Part 1 und 2 neu remastert? Beide Spiele, wenn auch gut, die das nicht unbedingt gebraucht hätten? Die vielen Fragezeichen seitens der Community hat Sony so verstanden, als würden wir uns noch mehr alte, nicht ganz so alte, Spiele neu aufgelegt wünschen. Was gibt es also diesmal aufgewärmt aus der Mikrowelle? Scheinbar Horizon Zero Dawn. Sony ist aktuell ohnehin in der Kritik wegen dem absurd hohen Preis der PlayStation 5 Pro, aber ihre Taktik damit umzugehen scheint wohl zu sein uns zu verwirren. Horizon Zero Dawn ist ein cooles Spiel, aber braucht das ein Remaster? Bestätigt ist diese Info noch nicht, kommt aber von einer ziemlich vertraulichen Quelle, genauer gesagt dem ESRB, die verantwortlich sind für die Alterseinstufung der Spiele und die nun Horizon Zero Dawn Remastered klassifiziert haben. Weil Sony jetzt also Horizon Zero Dawn Remastered rausbringt, ein Remaster nach dem niemand gefragt hat, hier mal ein paar Remakes oder Remaster, die wirklich mal nice werden für die PlayStation 5. Bloodborne. God of War Trilogie als Remake. Bloodborne. Uncharted Remake. Bloodborne. Infamous. Bloodborne. Killzone. Habe ich eigentlich Bloodborne schon gesagt? Naja, ziemlich wilder Take von Sony, aber Aloy gibt es halt dann bald mit drei Pixeln mehr im Gesicht. Das waren die Gaming News für heute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und Abo da, wenn dem so ist, denn damit könnt ihr mich supporten und ich sehe euch auch wieder. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht das gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.